Mahdzeit, Freunde, willkommen zurück bei Fortnite und den Sinn Kartaufträgen. Diesmal, nur das Arcade-Spiel in königlicher Zwischenstopp, der ist hier oben, oder beim Eisbergboot. Ich würde sagen, wir gehen direkt zum königlichen Zwischenstopp, weil der liegt fast auf dem Weg. Und dann gucken wir uns an, was da alles abgeht. So, wir müssen rüber. Wir müssen runter, wir müssen rüber und wir müssen hoch. Hochspannung hat sich gemeldet. Seine Worte haben Wirkung gezeigt. Und wir brauchen eine Waffe. So, Zerstörer, Signalzerstörer am Leuchtturm. Okay, Freunde. Ich würde sagen, das gucken wir uns auch direkt an. So, Signalstörer, Nummer 1, haben wir jetzt genau vor uns. Das ist auch schon alles kurz gegengeschlagen, dann das Ding aktivieren und das nochmal mit den anderen beiden natürlich auch noch. Alle Leuchtfeuer wurden entzündet. Du hast das Unmögliche vollbracht. Du hast die Stadt geeint und uns daran erinnert, dass wir einander brauchen. Wie sieht's aus? Erklären wir unseren Helden hier zum Ehrenmitglied des Friedenssyndikats? Klar doch. Und du bekommst bei Heela dein eigenes Gericht auf der Karte. Oh, wie wär's mit dem Schleifengänger-Sandwich? Das Schlemmer-Spezial für Schleifengänger? Oh, oder das Stadtretter Supreme? Könnte man mittags servieren. Oh, oder der Heldenbrocken. Ein üppiges Stück Fleisch mit dem Wort Held darauf. Hey, der Koch bin immer noch ich. Bleib du bei deinen Messern. Hahaha, lass ich mir nicht zweimal sagen. Wir stehen in deiner Schuld. Ruf an, solltest du mal Hilfe brauchen. Wir werden da sein. Ware in den Frieden, Held. So, Freunde. Und das war's mit den Syndikat-Aufträgen. Damit sollten wir jetzt komplett durch sein. Ich guck mal kurz nochmal rein. Aufträge. Ja, das war's mit den Syndikat-Aufträgen. Season endet ja auch bald. Ein bisschen Zeit ist noch, aber nicht mehr viel. Ich glaube, drei Wochen jetzt oder so. Neue Syndikat-Aufträge werden auch nicht angezeigt, dass sie kommen. Also würde ich sagen, in diesem Sinne, Freunde, ihr wisst Bescheid. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.